Hallo Privatpatienten, also so richtige YouTuber, die würden sich jetzt entschuldigen und stundenlang lamentieren, warum sie kein Video gemacht haben. Aber für meine 34 Abiturienten habe ich was ganz tolles vorbereitet. Und zwar den neuesten Trend, der jetzt im Internet kursiert. Er nennt sich Clickbaiting. Ja, und was im Thumbnail so wahnsinnig dramatisch aussieht, geht in Wirklichkeit so. Da saß ich da und las, und da wollte ich schreiben. Und dann griff ich zum Stift, und dann sah ich aber, dass der Stift da gar nicht liegt, sondern woanders. Und da muss ich mich umorientieren. Und dann habe ich ihn gefunden und habe geschrieben. So, und jetzt kriege ich wie Le Flut und Cem Bam 1000 Abonnements mehr. Zack, 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 zack. Cem Bim? Julian Bimbam? Scheißegal.